Oh hi, du liegst ja auch schon da. Ja, perfektes Timing. Wie schön, dass du da bist. Ja, es ist schon voll spät, ich weiß. Ich konnte aber irgendwie noch nicht schlafen, aber jetzt muss ich mich endlich mal ins Bett legen. Und wie war dein Tag? Was hast du Schönes gemacht? Ach, echt? Oh, wie cool. Und was war bei dir heute im Kalender? Ja, voll cool. Ey, heute bei mir im Kalender war das hier. Ja, ich weiß, ich habe einfach vollkommen übertrieben. Ich habe vier Kalender. Ja, und unter anderem war dieser süße Smiley hier drin. Habe ich übrigens noch gar nicht gegessen. Ich dachte mir, ich teile mit dir. Ich dachte mir, wir teilen das mal. Oder hast du schon Zähne geputzt? Hast du schon? Dann esse ich den alleine. Ich muss noch Zähne putzen. Die Schokolade von Linde ist echt lecker. Okay, du hast schon Zähne geputzt. Hast du denn noch Durst? Ja. Ich habe extra Wasser mitgebracht. Ich müsste meine Nägel eigentlich mal neu machen. Es splittert schon irgendwie voll ab. Ich finde es voll schön, dass du da bist. Ich hoffe, du kannst jetzt auf jeden Fall richtig gut einschlafen gleich. Kuschel dich ein, ich habe dir extra ein fettes Kissen hier hingelegt. Riesendecke ist auch am Start. Ist ja schon voll kalt nachts. Extra nicht so viel. Sonst müssen wir nachts nochmal ausstehen. Ich mag es überhaupt nicht, nachts wach zu werden. Und auf die Toilette zu rennen. Das mag ich gar nicht. Oder stehst du nachts gerne auf? Deswegen nur ein kleiner Schluck. Bitte schön. Ich stelle es mal zur Seite. Ach ja, ich wollte dir noch zeigen, was in dem anderen Palender war. Ein Mini-Lipstick. Richtig süß, oder? Richtig süß, oder? Und die Farbe heißt Feel the Magic. Richtig süß, oder? Brauchst du zufällig noch ein bisschen Lippenpflege? Also Zähne geputzt hast, ja. Aber Lippenpflege hast du, glaube ich, noch nicht drauf. Ich habe extra vorgesorgt. Soll ich die ein bisschen drauf machen? Okay, komm mal her. Ja. Schön verteilen. Ich habe auch noch Handcreme und ich könnte dir die Haare noch kämmen. Da kannst du doch immer so gut bei einschlafen, wenn ich deinen Kopf graule. Beziehungsweise... Oh, guck mal, jetzt verläuft hier schon alles. Egal. Ich muss mich ja eh gleich noch abschmecken und Zähne putzen. Hauptsache, du kannst schon mal schön gemütlich einschlafen. Sobald du schläfst, gehe ich noch mal schnell ins Bad und mache mich auch bennfertig. Sobald du schläfst, gehe ich noch mal auf. Und du musst dir die Haare noch Adem starten. Hur aus ni kündig hipster, sprich mehr. Leuk kümmer 2. Er ist etwas noch mal, ich bin Ihnen sehr, sehr gut für sein. Er kommt閃isch ein, sehr gut für mein Vater. Aber weiter sich teachers zu deteriorieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, das ist angenehm für dich. Morgen wird bestimmt ein guter Tag. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Welche Handcreme möchtest du das eigentlich draufhaben? Möchtest du relax oder lovely? Relax zum Einschlafen. Alles klar. Ich habe gleich noch eine Überallung. Eine Überraschung für dich. So, kippe mal deine Hand. Ich mache es erstmal auf meine Hand und dann creme ich deine Hände mit ein. Was hältst du davon? Oh Mann, ist das gemütlich. Oh, das ist wirklich... Oh, die riecht gut mit allen Wände. Kannst mir gerne deine Hand geben, creme ich die mit ein, lovely, lovely, lovely. Kleine Handmassage. So, ich kann es kaum abwarten, ehrlich gesagt, dir meine Überraschung zu zeigen. Guck mal, was ich gekauft habe für dich. Ein Jingle Daze, Jingle Daze Brush Set. Da sind solche verrückten Brushes dabei. Eyebrow Brush, kenne ich. Eyeshadow Blender Brush. Ja, okay. Eyeshadow Brush. Alles klar. Eye Precise Eyeshadow Brush. Alles klar. Blend Eyeliner Brush. Blush Brush. Das ist immer noch meine Lieblings. Blush Brush. Blush Brush. Opsala. Und dann haben wir noch die Powder Brush. Blush. 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 Blush Blush. Ich hab die noch gar nicht geöffnet, ne? Das ist das erste Mal. Glitzer, glitzer, glitzer. Oh Gott. Und gleich glitzert das ganze Bett. Also, dieser Brush ist mir so ziemlich suspekt. Ich dachte erst, die wär kaputt. Hättest du wirklich noch nie gesehen, so. Oh mein Gott. Und dann auch noch so schön weiß. Oh weia. Mal gucken, ob die noch lange weich bleiben. Äh, weiß bleiben. Weich natürlich. So, welche soll ich denn für dein Gesicht verwenden? Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte damit ein bisschen auf dein Gesicht vermahlen. Nein. ...Wir bist du müde. Okay. Soll ich auch gleich noch die große verwenden? Die Blush Brush. Ich kann auch. Die Blush Brush. Ja, die nehme ich. Und ich zeichne was auf dein Gesicht. Oder nee, du musst erraten, was ich in die Luft schreibe. Okay, ich starte. Und der letzte Buchstabe. Und da hast du eine Idee. Red Legs, Red Legs, Red Legs. Am Ende X, Red Legs. Perfekt. Sehr gut. Und bist du schon müde? Ja, ich habe gar keine Lust mehr aufzustehen und meine Zähne zu putzen und dann noch abzuschmecken. Ich würde jetzt gerne einfach hier so einschlafen. Was hast du denn morgen schönes geplant? Okay. Okay. Ach, das wird schon alles super. Mach der Gänse. Ja. Ja. Das wird super. Einfach positiv bedenken. Einfach positiv bedenken. Damit du so richtig müde wirst, könnte ich dir auch noch was vorlesen, habe ich gedacht. Wenn du Lust hast, ich blätter mal in diesem Buch rum. Ist jetzt eher keine gute Nachgeschichte. Ich werde es eh so vorlesen für dich, dass du gar nichts verstehst. Das macht dich hoffentlich richtig schnell müde, wenn du nichts verstehst. Das macht dich hoffentlich genau. Ich bin dran, wie hier. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay. So, wenn du so weit bist, dann geht es dir jetzt ein bisschen wie ein bisschen wie ein bisschen wunderschön. Aber du hast du mit dem Läden? Du hast du mit dem Läden? Du bist du mit dem Läden? Du hast du mit dem Läden? Du hast du mit dem Läden? Du hast du mit dem Läden? Langer die Geräuscheлетout! Langer die Geräusche sind inCEM! Der Morsec student in Er promette einenbringenden Buchat. Schnellig! Ich lasse ein paar Zahlen von unterschiedlichen Seiten ganz random und gleichzeitig graue ich dir noch ein bisschen den Kopf. Ich lasse ein paar Zahlen von unterschiedlichen Seiten. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich dir zum Einschlafen was vorsummen soll oder mit der Kalimba was vorspielen soll. Aber das können wir ja gerne beim nächsten Mal, wenn du wieder bei mir schläfst, machen. Da kannst du dir aussuchen, ob ich versummen soll. Ein Gute-Nacht-Lied zum oder ein Gute-Nacht-Lied auf der Kalimba spielen. Das darfst du dann ganz schön. Wie ist es? Also, das ist ein paar Jahre lang im ankles und dann, was du bei mir schläfst. Und dann kommt das ein paar Jahre lang. Also, wenn du dir aus, was du aus. Dann kann ich dich mal wirklich sehen. Das ist ein paar Jahre lang im Leben einemELsatz und mich noch mal im aus- und von dem, dem wird sogar ein paar Jahre lang umge. Posieren, ich denke mal, ich weiß nicht, bitte, 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 bitte. Zeig weiter, weiter, weiter. Komm! Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Und dann, 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 dann. Du bist zum Glück schon ganz müde. Du kannst die Augen zumachen und langsam einschlafen. Dann mache ich mich jetzt auch noch schnell mitfertig. Schlafen gleich gut. Schön, dass du da bist. Hab einen wundervollen Tag morgen.